Hallo, mein Name ist Tanja Danksagmüller. Ich bin Intuitions- und Bewusstseinstrainerin und ich möchte dir heute zeigen, wie du ganz schnell umprogrammierst und deinen Stress und eine Prüfungsangst los wirst. Ja, Ängste sitzen in uns allen und gerade vor Prüfungen, wenn wir etwas schaffen müssen, dann wird es ganz extrem. Unser Hirn spannt an und unsere Erinnerungen gehen zurück dort, wo alles entstanden ist, dort, wo die Prüfungsangst entstanden ist. Und das ist die ganz erste Lektion, die ich dir heute mitgeben möchte. Du bist nicht schuld, wenn du Schwierigkeiten in Mathematik, Deutsch, Englisch, Führerscheinprüfung, egal um welche Prüfung es geht. Du bist nicht schuld. Frag mal, wie wurdest du vorbereitet im Leben? Wer hat es dir gelernt, mit Prüfungssituationen umzugehen? Wie bist du darauf zugegangen? Wurdest du alleingelassen? Hattest du Hilfe dabei? Wurde bei dir auf Fehler geachtet? Hast du gleich mal schlecht abgeschnitten? Ja, aber was war die Vorbereitung? Was war davor? Und das ist in allem das Wichtigste. Es geht immer um den Ursprung. Das heißt, jetzt mal Stopp. Lektion 1. Ich bin nicht schuld. Lektion 2. Stopp. Annehmen, was ist. In allen Bereichen deines Lebens. Speziell bei Prüfungsangst. Nimm wahr, was sich zeigt. Weil gerade da, wo du dich wehrst, dagegen gehst, da wird es noch so stärker. Umso stärker. Umso stärker wird diese Kraft, die sich dagegen stemmt. Ich muss es unbedingt schaffen. Ich will es schaffen. Ich habe es nicht geschafft. Und es laufen alte Programme ab. Alte Erinnerungen. Und die werden gelöscht. Nummer 3. Unwirksame und unliebsame und ungewollte Programme werden gelöscht. In deinem Hirn. Ganz schnell. Wenn dir bewusst wird. Unser Hirn arbeitet wie ein Computer. Eine Bahn. Eine Emotion. Ein Gedanke. Läuft in der Schleife. Geht nicht. Kann ich nicht. Schaffe ich nicht. Und das? Irgendwo entstanden. In deinem Unterbewusstsein. So. Nun weißt du. Es gibt ein Gehirn. Es gibt Erfahrungen. Es gibt etwas, was abläuft. Und Nummer 1 wieder. Du bist nicht schuld. Das heißt, Programmiere in dir als allererst. Ich bin nicht schuld für das, was es ist. Denn wenn du dir selbst die Schuld einmal nimmst, kannst du ganz oder etwas leichter auf die Situation hinschauen, um die Situation anzunehmen. Nummer 2. Erinnere dich. Annehmen, was ist. So. Nun spürst du hin, wie es dir geht mit dieser Situation. Okay. Du siehst dich, nimmst dich wahr in dieser Situation. Nun hebst du dich heraus, so als ob dein Doppelgänger auf dich schaut. Spür mal rein. Das ist eine Übung, die du machen kannst mit zwei Sesseln eventuell, wo du dich neben dir dann hinsitzt und spürst, wie geht es der Person, die solche Angst hat, die solche Prüfungsangst hat. Kann da das Hirn ordentlich arbeiten? Genau. Das ist es eben. Durch diese Angst wird im Gehirn eine Blockade erzeugt. Und du kannst nicht mehr auf dein Wissen zugreifen. Das heißt, auch wenn du auch gut gelernt hast, blockierst du dich selbst durch deine Angst. Was ist der logische Schritt? Es bringt nichts, Angst zu haben. Es macht alles nur noch schlimmer. Wie Ärgern alles nur noch schlimmer macht, ist auch die Angst etwas, das alles nur noch schlimmer macht. So. Wie kommst du nun los von deiner Angst? Da ist schon wieder der Schritt 2. Diese einmal zu erkennen, wahrzunehmen und Ja zu sagen zu dieser Angst. Hast du nun diese Angst parat, dann sag dir, wo habe ich bereits etwas erlebt, wo ich etwas geschafft habe. Vielleicht bist du nicht gut in Mathematik. Vielleicht kannst du aber ganz gut etwas zeichnen. Vielleicht kannst du ganz gut zuhören. Vielleicht kannst du ganz gut wiedergeben. Jetzt such mal deine Dinge, die dich ganz besonders machen. Ich bin mir ganz sicher, du hast schon irgendetwas ganz besonders geschafft. Denk nach. Ja, es gibt etwas. Ganz, ganz sicher. Wenn du es selber nicht weißt, frag deine Freunde, frag deine Mama, frag deine Geschwister, frag in deinem Umfeld. Was zeichnet dich ganz besonders aus? Was du ganz bravourös und ganz schnell schaffst? Ich bin mir sicher, du kannst etwas. Nur selber glauben wir immer, das, was wir können, das ist normal. Was ist normal? Gar nichts ist normal, weil jeder eine andere Wahrnehmung und Realität hat. So, wenn du nun herausgefunden hast, was du wirklich gut kannst. Ich nehme jetzt wieder die Schulfächer her. Es gibt irgendein Fach, wo du gut bist. Zum Beispiel Musik, Sport, Deutsch. Irgendetwas. Nimm heraus. Oder was dir in der Freizeit und in deinem Hobby gut gefällt. Irgendetwas fasziniert dich. Durch diese Freude aktivierst du neue Regionen in deinem Gehirn. Das heißt, für das Umprogrammieren deines Gehirns, das alt war, ich kann nicht Mathematik, ich schaffe die Prüfung nicht, brauchst du zunächst positive Emotionen. Das heißt, Freude in deinem Gehirn. Schau, dass du irgendwie in dieser Beobachtung deiner selbst, so, dein Doppelgänger beobachtet dich und sagt jetzt, ha, ich mache mich jetzt selber fröhlich. Das ist der Prozess. Du beobachtest dich von außen, schaust drauf und beobachtest dich als fröhlicher Mensch. In einer Situation, wo du etwas gut kannst, wo du einen Wurzelbaum machst, wo du Radfahren lernst und ja, du hast es geschafft. Du sitzt auf dem Fahrrad und auf einmal fährst du. Das kann nicht jeder. Schau mal, wenn jemand beginnt, Radfahren zu lernen, das ist ganz schwierig. Oder auch zu sprechen. Schau mal, wenn du eine fremde Sprache sprichst, du hast vielleicht Deutsch schon wunderbar gelernt. Du kannst das. Das heißt, durch diese Freude mit dieser Begeisterung für dich selbst, dass du etwas schaffen kannst oder etwas, was dir Spaß macht, hebst du schon deinen chemischen Spiegel in deinem Hirn. Das heißt, diese Frequenzen in deinem Hirn, die funken ganz anders. Es können neue Synapsen gebildet werden. Und indem du dir jetzt sagst, ja, ich will meine Programmierung in meinem Hirn für zum Beispiel Mathematik, für die Führerscheinprüfung ändern, mit deinem Ich-Will, deiner inneren Überzeugung, dass du etwas willst und einem positiven Gefühl, hast du alles, damit du neue Gehirnregionen aktivieren kannst. Und das ist schon mal die Grundvoraussetzung, um gut in eine Prüfung hineinzugehen. So, nun gehst du neue Wege. Wie in eine neue Wiese, du einen Weg gehst und diesen öfter gehen musst, damit auch ein Weg entsteht. Das heißt, immer wieder, wenn du spürst deinen Versagensgedanken, deine Erinnerung an das, was schon passiert ist, an das Negative kommt. So, sagst du Stopp. Nein, ich will und erinnerst dich immer wieder, was du willst, den neuen Weg zu gehen, weil das Alte ist alt, ist bereits Vergangenheit. Du brauchst nicht mehr auf deine alten Erinnerungen zurückgreifen, wo du vielleicht einen Fünfer bekommen hast, wo alles rot war, wo du Aufgaben nicht gelöst hast, wo du etwas nicht geschafft hast. Das willst du nicht mehr. So, deshalb richtest du deine Aufmerksamkeit in die neue Richtung und gehst diesen Weg und lässt dich davon nicht abbringen. So sammelst du immer neue Eindrücke, immer neue Erfolgserlebnisse. Mach sie klein. Das heißt, wenn du dich jetzt für die Matura oder für eine große Prüfung vorbereitest, darfst du natürlich auch ein bisschen vorarbeiten, um stabile Gehirnbahnen, neue Bahnen, die dir sagen, ich kann das, ich schaffe das, ich weiß das, ich kann es abrufen, ich vertraue mir, wenn ich auch lerne, wie lerne ich mit positiven Emotionen, mit Freude gehst du an die Sache heran, damit es auch im Langzeitgedächtnis abgespeichert ist. Da ist ganz, ganz viel Gehirnforschung und ein paar kleine Tricks, wie du an das Lernen herangehst, damit du dann in der Prüfungssituation das auch alles abrufen kannst. Genau, das ist mal der Prozess. Wenn du jetzt gute Lehrer hattest, dann weißt du, dass du vielleicht im einen Fach mehr in Erinnerung hast, besser abgespeichert hast als in anderen Fächern. In Mathematik war vielleicht immer das große Fragezeichen, weil dir vielleicht viele andere Menschen gesagt haben, Mathematik ist schwer. Mathematik, boah, da muss man viel lernen. Doch, gerade bei Mathematik ist alles logisch aufgebaut, es ist klar. Und auch für jede andere Prüfung, wenn du lernst, wirst du einen Großteil so verstehen, wenn Zusammenhänge gut erklärt werden, vielleicht von unterschiedlichen Personen. unterschiedliche Erklärungsmöglichkeiten für ein Thema, für ein Problem, dass dir jemand anderer erklärt, wie er das sieht, wie er die Lösung findet, damit du nicht alleine an etwas arbeitest und kein Erfolgsgefühl hast. So, nun, wäre es gut, wenn du dir noch jemanden suchst, der auch an diesem Thema, an deiner Prüfung, die du zu bestehen hast, vielleicht, dass ihr euch da gemeinsam austauscht. Also, Buddyarbeit ist immer von Vorteil. Wenn du nun alleine bist, dann schau, dass du dich selbst immer wieder herausholst. Das heißt, du beobachtest dich selbst von außen und schaust, wie geht es mir, wenn ich so Angst habe. Will ich das? Fühlt sich das gut an? Nein. Immer wieder aussteigen und sagen, wie will ich mich fühlen? Okay, anders. Wie du nun deinen Körper und dein Fühlen wirklich umprogrammierst, das geht jetzt im Unterbewusstsein. Das heißt, hier kommt jetzt das Intuitions- und Bewusstseinstraining ein bisschen ins Spiel, zu dieser Gehirnforschung und diesen anderen allgemeinen Tricks der Freude und der Glückseligkeit. Gut. Du brauchst auch ein bisschen Ruhe. Das heißt, diese Vorbereitung. Gut, dass es die Wissenschaft gibt, die durch die Gehirnforschung schon gemessen hat, wie sehr der Körper entspannen kann. Muskeln entspannen können. Das heißt, durch unsere Atmung kannst du ganz viel in deinem Körper bewegen und durch visualisieren. Das heißt, nun, Nummer 1, du kannst dich noch erinnern, was war die Nummer 1? Hast du es dir aufgeschrieben? Noch nicht? Mach dir eine kleine Notiz. Du bist nicht schuld, dass du etwas nicht ordentlich gelernt hast. Du brauchst gute Lehrer, die dich lehren, gut Wissen abzuspeichern und danach sagen, ich kann das, ich weiß, ich schaffe das. Gut. Nummer 2, du akzeptierst und anerkennst deine jetzige Situation. Du willst sie verändern mit neuen Bildern, mit deinem Ich-Will, mit deinem klaren Ziel, mit deinem klaren Fokus. Und du sagst, ja, ich gehe meinen Weg und verändere meine alten Muster. Die nehme ich nicht mehr mit. So, nun, das Intuitionstraining aus dem Unterbewusstsein. Ruhig werden. Ruhe. Ganz viel Ruhe bedarf es, bevor du in eine Leistung gehst. Das heißt, bevor du in die Prüfung gehst, brauchst du selbst eine Methode, die du bei dir anwendest, die dein Hirn abgespeichert hat. Wenn du das machst, dann weiß dein Körper Ruhe. Das heißt, du kannst nun jedes Mal, bevor du schlafen gehst, in dir einen Mechanismus starten. Zum Beispiel, wenn du schlafen gehst, spürst du deinen Atem. Du konzentrierst dich ganz wesentlich auf deinen Atem, auf dein Ein- und Ausatmen. Und bei jedem Ausatmen sagst du dir im Unterbewussten, ich bin ruhig. Von jedem Atemzug zu jedem Atemzug werde ich ruhiger und ruhiger. Und tief atmen. Du ziehst den Atem tief in den Bauch hinein und spürst ihn wirklich in dir. Die Atmung ist etwas wirklich Essentielles. Gerade wenn du Angst hast, wirst du spüren, ganz flaches Atmen macht den Atem und dein ganzes System noch aktiver. Es kommt noch mehr Sauerstoff so kurz in den Körper hinein. Das heißt, wirklich spür und atzme langsam. Dann schließt du die Augen und versetzt dich dorthin, wo dein Lieblingsplatz ist. Lass ihn einfach kommen. Stell dir vor, wo du dich wirklich wohlfühlst. Ich bin auf einem Segelboot in der Karibik. Ich rieche das Wasser. Ich höre, ich fühle mit all meinen Sinnen. Ich sehe das türkisblaue Wasser. Von deinem Lieblingsort jetzt machst du ein unglaublich schönes Foto. Du spürst es. Und nimmst das auch immer wieder beim Einschlafen zur Hand. Immer wenn du spürst, du wirst langsam, dein Atem wird langsamer. Du bist knapp vor dem Einschlafen. Du visualisierst deinen Lieblingsplatz, deinen Lieblingsort, wo du dich sicher fühlst, wo du dich gut fühlst, wo du ruhig bist. Und dann spürst du deinen Atem tief in dich hinein. Der nächste Schritt ist, ich bin ruhig und gelassen und ich weiß, ich kann alles schaffen, was ich will. Und einmal zu schauen, ob deine innere Stimme, dein innerer Denker, dein innerer Kritiker jetzt kommt, nein, stimmt nicht, stimmt nicht. Dann notierst du, mach dir Notizen, was du im Unterbewusstsein, das heißt, dein Kritiker, was dir gesagt worden ist. Du hast das ja gesammelt, nicht aus dir heraus, sondern es wurde dir von außen gesagt. Oder du hast Erfahrungen gemacht, die dir jemand gelernt hat, dass du etwa nicht gut genug bist. Und nun schreib auf, deine, die hinderlichen Glaubenssätze, die in dir noch aktiv sind, wo du verloren hast, wo du die nicht auf dich selber konzentriert hast. Das sind die ganzen kleinen Dinge, die dich ablenken davon, eine Prüfung zu schaffen. Du brauchst den Fokus ganz auf dich selbst und das darfst du immer wieder lernen vor dem Einschlafen. So, wir haben nun einige Dinge schon gesammelt. Wir sind am Abend beim Einschlafen, beim Ruhigwerden und das ist das Abspeichern, damit dein Körper sich dann, wenn du direkt bei der Prüfung bist, sich erinnern kann, dass du ruhig bist, dass du dein ganzes System herunterfährst. Das heißt, tiefes Atmen, in den Bauch hineinatmen, deine Visualisierung von deinem Ruhebild oder auch, wenn du etwas gewonnen hast, wenn du dein Siegesfoto vor dir hast, deine Erfolgserlebnisse alle gesammelt hast, kannst du auch in ein Notizbuch hineinschreiben. Und dann weißt du, ich weiß, ich kann es schaffen. Und das verstärkst du immer und immer wieder mit diesem ruhigen, tiefen Atem ruhig werden. Und dann kannst du noch zusätzlich ein Bild integrieren in dieses ganze Gefühl der Sicherheit und der Ruhe, vielleicht auch das Bild des Baumes mit den tiefen Wurzeln in die Erde, wenn du diese tiefen Wurzeln spürst oder so einen richtig großen Baum einmal vor dir gesehen hast. Und da kann kommen jeder Sturm, sei er noch so wild, der Baum bleibt tief verankert. Dieses Gefühl oder dieses Bild nimmst du zuerst einmal her und fühlst dich hinein. Machst deinen eigenen Baum daraus und stellst dir vor, wie du so in den Baum umarmst, dieser Baum wirst und diese tiefen Wurzeln in die Erde hinein. Das brauchst du auch, dass du es ein bisschen übst, dass du dir das vorstellen kannst, dass du das fühlst in dir. Denn das Fühlen macht es dann erst aus, dass du es abrufen kannst. Jetzt erkläre ich dir immer noch alle Vorbereitungsübungen, die du machen kannst, die du dann sammelst und bei der Prüfung punktgenau hast, damit sie auch wirken und du sicher deine Prüfung schaffst. Okay, es geht weiter. Du visualisierst den Baum, du visualisierst deinen Lieblingsplatz, die Ruhe, die Gelassenheit und du sagst dir immer und immer wieder, ich weiß, ich schaffe es, ich weiß, ich kann alles schaffen, was ich will, ich weiß, ich bin gut, ich kann mir selbst vertrauen. Ruhig werden. Vielleicht legst du die Hand auf den Bauch, aufs Herz und jetzt brauchst du noch Wärme. Ein gutes Gefühl und ganz viel Wärme. So als ob dich, ja, ich weiß nicht, Bubmädchen, das ist vielleicht ein Unterschied, dich die Mama umarmt, ob du das jetzt noch als gut empfindest. Stell dir einfach vor, oder wie du dich selbst umarmst, wie es angenehm und warm ist, wenn du dich selbst umarmst und einfach diese Liebe spürst, diese Wärme spürst, die Geborgenheit spürst und diese Wärme lässt du dann in dich hereinfließen und wirklich ganz tief in deinen Bauchraum hinein, diese Wärme zu spüren. Dazu hilft es auch, wenn du dich vielleicht verbindest mit der Sonne hinauf, dass du spürst, du bist mit der Sonne verbunden, so mit der ganzen Urkraft dieser Welt und auch mit der Erde, die dir Halt gibt, mit diesen Wurzeln und mit diesem weiteren Bild, das du dir kreieren kannst, spürst du einfach, mich kann nichts aus der Ruhe bringen. Ich bin der Fels in der Brandung oder eine Superman-Pose. Ja, ich kann das. Mach, spür mal rein, was du brauchst, dass du wirklich das spürst, boah, ich bin so genial. Du darfst wirklich übertreiben, dass du dieses Gefühl gut herbringst. Kreier dir ein eigenes Bild, eine Fantasiewelt, in der du spürst, boah, ich bin gut. Mach das immer und immer wieder in der Früh, immer wenn du dran denkst und am Abend. So programmierst du jetzt deine neue Bahn in deinem Hirn, die Nervenzellen funkeln und bilden neue Synapsen, feuern, wollte ich sagen, und werden immer stärker, immer dicker und so geht dein neuer Weg. Dann machst du kleine Schritte, das heißt, du nimmst dir was vor, wo du auch weißt, du schaffst es und feierst dann und bist richtig stolz auf dich und so sammelst du und sammelst du und sammelst du. Du machst kleine Schritte, du machst eine kleine Vorprüfung, eine kleine Vorübung und wenn du sie nicht schaffst, dann weißt du, Fehler sind wunderbar, wenn du sie machst und daran weißt, was du dann zu ändern hast. Aus Fehlern wird man klug, darum ist einer nicht genug. Das heißt, wenn du übst und übst und übst und selber drauf kommst, was dann falsch ist, dass du dann auf das richtige Ergebnis kommst, dann kannst du dir sicher sein, dass es ganz tief abgespeichert ist in deinem Gehirn und dann kannst du es auch punktgenau abrufen, wenn es gefragt ist. So kann dich nichts erschüttern. Und jetzt kommen wir zum Abschluss dieser ganzen Übung, das Voraus visualisieren, was dir unglaublich Kraft geben kann, dass du die Prüfung auch wirklich schaffst. Nimm dir gut, zumindest drei Tage Zeit, wo du deine ganze Energie dorthin schickst, wo die Prüfung sein wird, auch wenn du nicht genau weißt, wo der Platz sein wird, einfach nur in deiner Vorstellung. Du bist dort, du gehst hin zur Prüfung. Wenn du natürlich weißt, wie es dort aussieht, ist es noch viel besser für dich, da du viel klarer visualisieren kannst. Das heißt, nun mit dem allem im Gepäck, mit deiner Kraft, mit deiner Zuversicht, mit deinen inneren Bildern, mit dem, was du vorgearbeitet hast, mit dem Nummer eins, weißt du noch, ich schaffe das, weil ich bin nicht schuld, falls ich es nicht kann, weil ich habe es jetzt geändert und ich weiß jetzt, wie man richtig lernt. Wunderbar, du hast bereits umgemustert. So funktioniert das, die neue Bahn, der neue Weg in deinem Kierhirn ist bereits offen und wird nun gefüttert mit allen neuen Gefühlen. Du klopfst dir auf die Schulter, wenn du weißt, ja, ich habe schon so viel geschafft in meinem Leben. Vielleicht hast du nicht ordentlich hingesehen und hast nicht alles gefeiert, was du wunderbar geschafft hast. Vielleicht hast du auch selber noch immer ein bisschen auf die negativen Dinge geschaut. Okay, Negatives wird gestrichen, wird hinter dir abgelegt, du schaust nach vorne und gehst einen neuen Weg. Du visualisierst, wie du hingehst zu deiner Prüfung. Du strahlst Licht und Segen dort in den Ort zu allen Prüfungsbeteiligten, alle, die damit zu tun haben und du weißt, du bekommst Fragen, die du auch wirklich gelernt hast. Ja, das kannst du auch machen. Du kannst das selbst beeinflussen, indem du dir sicher bist, wenn du lernst, verlass dich auf dein Spüren. Wir sind so verbunden mit allem, was ist. Wenn du darauf vertraust, dass du die richtigen Seiten aufschlägst, je mehr du deiner inneren Weisheit, die dich sowieso immer führt, vertraust und das richtige Denkerhirn, was muss ich jetzt lernen, muss ich jetzt das oder das, wenn du das Denkerhirn bei dem Auswählen des Lehrstoffs, wenn du das ein bisschen auf der Seite lernst und mit deiner Intuition arbeitest, dann wirst du noch gezielter und noch besser genau den Stoff lernen, den du dann auch wirklich brauchst. Das heißt, jetzt sind wir beim letzten Schritt, dritter Schritt, das Vorausvisualisieren der Prüfungssituation. Du strahlst Licht und Segen darauf, alles, was du dort brauchst, Wärme, Zuversicht, Selbstvertrauen, alle diese Gefühle und Emotionen spürst du und schickst dorthin, so als ob du ein Paketdienst bist und das ganze Paket schon da in diesen Raum hineinschickst. Und dann, wenn du diese Prüfung betrittst, hat dein Gehirn das alles schon einmal erlebt. Das heißt, das funktioniert. Dein Gehirn weiß nicht wirklich, ob du es wirklich schon einmal erlebt hast oder nur vorausvisualisiert hast. Du kennst das vielleicht vom Sagen, ich kann das, ich weiß, ich schaffe das. Gut. Nummer zwei, du akzeptierst und anerkennst deine jetzige Situation. Du willst sie verändern mit neuen Bildern, mit deinem Ich-Will, mit deinem klaren Ziel, mit deinem klaren Fokus und du sagst, ja, ich gehe meinen Weg und verändere meine alten Muster, die nehme ich nicht mehr mit. So, nun, das Intuitionstraining aus dem Unterbewusstsein. ruhig werden. Ruhe, ganz viel Ruhe bedarf es, bevor du in eine Leistung gehst. Das heißt, bevor du in die Prüfung gehst, brauchst du selbst eine Methode, die du bei dir anwendest, die dein Hirn abgespeichert hat. Wenn du das machst, dann weiß dein Körper, Ruhe. Das heißt, du kannst nun jedes Mal, bevor du schlafen gehst, in dir einen Mechanismus starten. Zum Beispiel, wenn du schlafen gehst, spürst du deinen Atem. Du konzentrierst dich ganz wesentlich auf deinen Atem, auf dein Ein- und Ausatmen und bei jedem Ausatmen sagst du dir im Unterbewussten, ich bin ruhig. Von jedem Atemzug zu jedem Atemzug werde ich ruhiger und ruhiger. Und tief atmen. Du ziehst den Atem tief in den Bauch hinein und spürst ihn wirklich in dir. Die Atmung ist etwas wirklich Essentielles. Gerade wenn du Angst hast, wirst du spüren, ganz flaches Atmen macht den Atem und dein ganzes System noch aktiver. Es kommt noch mehr Sauerstoff so kurz in den Körper hinein. Das heißt, wirklich spür und atme langsam. Dann schließt du die Augen und versetzt dich dorthin, wo dein Lieblingsplatz ist. Lass ihn einfach kommen. Stell dir vor, wo du dich wirklich wohlfühlst. Ich bin auf einem Segelboot in der Karibik. Ich rieche das Wasser. Ich höre, ich fühle mit all meinen Sinnen. Ich sehe das türkisblaue Wasser von deinem Lieblingsort. Jetzt machst du ein unglaublich schönes Foto. Spürst es und nimmst das auch immer wieder beim Einschlafen zur Hand. Immer wenn du spürst, du wirst langsam, dein Atem wird langsamer, du bist knapp vorm Einschlafen. Du visualisierst deinen Lieblingsplatz, deinen Lieblingsort, wo du dich sicher fühlst, wo du dich gut fühlst, wo du ruhig bist und dann spürst du deinen Atem tief in dich hinein. Der nächste Schritt ist, ich bin ruhig und gelassen und ich weiß, ich kann alles schaffen, was ich will. Und einmal zu schauen, ob deine innere Stimme, dein innerer Denker, dein innerer Kritiker jetzt kommt, nein, stimmt nicht, stimmt nicht. Dann notierst du, mach dir Notizen, was du im Unterbewusstsein, das heißt dein Kritiker, was dir gesagt worden ist, du hast das ja gesammelt, nicht aus dir heraus, sondern es wurde dir von außen gesagt. Oder du hast Erfahrungen gemacht, die dir jemand gelernt hat, dass du etwa nicht gut genug bist. Und nun schreib auf, deine, die hinderlichen Glaubenssätze, die in dir noch aktiv sind, wo du verloren hast, wo du dich nicht auf dich selber konzentriert hast. Das sind die ganzen kleinen Dinge, die dich ablenken, davon eine Prüfung zu schaffen. Du brauchst den Fokus ganz auf dich selbst und das darfst du immer wieder lernen vor dem Einschlafen. So, wir haben nun einige Dinge schon gesammelt. Wir sind am Abend beim Einschlafen, beim Ruhigwerden und das ist das Abspeichern, damit dein Körper sich dann, wenn du direkt bei der Prüfung bist, sich erinnern kann, dass du ruhig bist, dass du dein ganzes System herunterfährst. Das heißt, tiefes Atmen, in den Bauch hineinatmen, deine Visualisierung von deinem Ruhebild oder auch, wenn du etwas gewonnen hast, wenn du dein Siegesfoto vor dir hast, deine Erfolgserlebnisse alle gesammelt hast, kannst du auch in ein Notizbuch hineinschreiben. Und dann weißt du, ich weiß, ich kann es schaffen und das verstärkst du immer und immer wieder mit diesem ruhigen, tiefen Atem. Ruhig werden. Und dann kannst du noch zusätzlich ein Bild integrieren in dieses ganze Gefühl der Sicherheit und der Ruhe, vielleicht auch das Bild des Baumes mit den tiefen Wurzeln in die Erde, wenn du diese tiefen Wurzeln spürst oder so einen richtig großen Baum einmal vor dir gesehen hast. Und da kann kommen, jeder Sturm sei er noch so wild. Der Baum bleibt tief verankert. Dieses Gefühl oder dieses Bild nimmst du zuerst einmal her und fühlst dich hinein. Machst deinen eigenen Baum daraus und stellst dir vor, wie du so in den Baum umarmst, dieser Baum wirst und diese tiefen Wurzeln in die Erde hinein. Das brauchst du auch, dass du es ein bisschen übst, dass du dir das vorstellen kannst, dass du das fühlst in dir. Denn das Fühlen macht es dann erst aus, dass du es abrufen kannst. Jetzt erkläre ich dir immer noch alle Vorbereitungsübungen, die du machen kannst, die du dann sammelst und bei der Prüfung punktgenau hast, damit sie auch wirken und du sicher deine Prüfung schaffst. Okay, es geht weiter. Du visualisierst den Baum, du visualisierst deinen Lieblingsplatz, die Ruhe, die Gelassenheit und du sagst dir immer und immer wieder, ich weiß, ich schaffe es, ich weiß, ich kann alles schaffen, was ich will, ich weiß, ich bin gut, ich kann mir selbst vertrauen. Ruhig werden. Vielleicht legst du die Hand auf den Bauch, aufs Herz und jetzt brauchst du noch Wärme, ein gutes Gefühl und ganz viel Wärme. So als ob dich, ja, ich weiß nicht, Bub, Mädchen, das ist vielleicht ein Unterschied, dich die Mama umarmt, ob du das jetzt noch als gut empfindest. Stell dir einfach vor, oder wie du dich selbst umarmst, wie es angenehm und warm ist, wenn du dich selbst umarmst und einfach diese Liebe spürst, diese Wärme spürst, die Geborgenheit spürst und diese Wärme lässt du dann in dich hereinfließen und wirklich ganz tief in deinen Bauchraum hinein, diese Wärme zu spüren. Dazu hilft es auch, wenn du dich vielleicht verbindest mit der Sonne hinauf, dass du spürst, du bist mit der Sonne verbunden, so mit der ganzen Urkraft dieser Welt und auch mit der Erde, die dir Halt gibt, mit diesen Wurzeln und mit diesem weiteren Bild, das du dir kreieren kannst, spürst du einfach, mich kann nichts aus der Ruhe bringen. Ich bin der Fels in der Brandung oder eine Superman-Pose, ja, ich kann das, mach, spür mal rein, was du brauchst, dass du wirklich das spürst, boah, ich bin so genial, du darfst wirklich übertreiben, dass du dieses Gefühl gut herbringst, kreier dir ein eigenes Bild, eine Fantasie, Welt, in der du spürst, boah, ich bin gut. Mach das immer und immer wieder, in der Früh, immer wenn du dran denkst und am Abend. So programmierst du jetzt deine neue Bahn in deinem Hirn, die Nervenzellen funkeln und bilden neue Synapsen, feuern wollte ich sagen, und werden immer stärker, immer dicker und so geht dein neuer Weg. Dann machst du kleine Schritte, das heißt, du nimmst dir was vor, wo du auch weißt, du schaffst es und feierst dann und bist richtig stolz auf dich und so sammelst du und sammelst du und sammelst du. Du machst kleine Schritte, du machst eine kleine Vorprüfung, eine kleine Vorübung und wenn du sie nicht schaffst, dann weißt du, Fehler sind wunderbar, wenn du sie machst und daran weißt, was du dann zu ändern hast. Aus Fehlern wird man klug, darum ist einer nicht genug. Das heißt, wenn du übst und übst und übst und selber drauf kommst, was dann falsch ist, dass du dann auf das richtige Ergebnis kommst, dann kannst du dir sicher sein, dass es ganz tief abgespeichert ist in deinem Gehirn und dann kannst du es auch punktgenau abrufen, wenn es gefragt ist. So kann dich nichts erschüttern. Und jetzt kommen wir zum Abschluss dieser ganzen Übung, das Voraus visualisieren, was dir unglaublich Kraft geben kann, dass du die Prüfung auch wirklich schaffst. Nimm dir gut, zumindest drei Tage Zeit, wo du deine ganze Energie dorthin schickst, wo die Prüfung sein wird. Auch wenn du nicht genau weißt, wo der Platz sein wird. Einfach nur in deiner Vorstellung. Du bist dort, du gehst hin zur Prüfung. Wenn du natürlich weißt, wie es dort aussieht, ist es noch viel besser für dich, da du viel klarer visualisieren kannst. Das heißt, nun mit dem allem im Gepäck, mit deiner Kraft, mit deiner Zuversicht, mit deinen inneren Bildern, mit dem, was du vorgearbeitet hast, mit dem Nummer eins, weißt du noch, ich schaffe das, weil ich bin nicht schuld, falls ich es nicht kann, weil ich habe es jetzt geändert und ich weiß jetzt, wie man richtig lernt. Wunderbar, du hast bereits umgemustert. So funktioniert das, die neue Bahn, der neue Weg in deinem Kihirn ist bereits offen und wird nun gefüttert mit allen neuen Gefühlen. Du klopfst dir auf die Schulter, wenn du weißt, ja, ich habe schon so viel geschafft in meinem Leben. Vielleicht hast du nicht ordentlich hingesehen und hast nicht alles gefeiert, was du wunderbar geschafft hast. Vielleicht hast du auch selber noch immer ein bisschen auf die negativen Dinge geschaut. Okay, Negatives wird gestrichen, wird hinter dir abgelegt, du schaust nach vorne und gehst einen neuen Weg. Du visualisierst, wie du hingehst zu deiner Prüfung. Du strahlst Licht und Segen dort in den Ort zu allen Prüfungsbeteiligten, alle, die damit zu tun haben und du weißt, du bekommst Fragen, die du auch wirklich gelernt hast. Das kannst du auch machen. Du kannst das selbst beeinflussen, indem du dir sicher bist, wenn du lernst, verlass dich auf dein Spüren. Wir sind so verbunden mit allem, was ist, wenn du darauf vertraust, dass du die richtigen Seiten aufschlägst, je mehr du deiner inneren Weisheit, die dich sowieso immer führt, vertraust und das richtige Denkerhirn, was muss ich jetzt lernen, muss ich jetzt das oder das, wenn du das Denkerhirn bei dem Auswählen des Leerstoffs, wenn du das ein bisschen auf der Seite lässt und mit deiner Intuition arbeitest, dann wirst du noch gezielter und noch besser genau den Stoff lernen, den du dann auch wirklich brauchst. Das heißt, jetzt sind wir beim letzten Schritt, dritter Schritt, das Vorausvisualisieren der Prüfungssituation. Du strahlst Licht und Segen darauf, alles, was du dort brauchst, Wärme, Zuversicht, Selbstvertrauen, alle diese Gefühle und Emotionen spürst du und schickst dorthin, so als ob du ein Paketdienst bist und das ganze Paket schon da in diesen Raum hineinschickst und dann, wenn du diese Prüfung betrittst, hat dein Gehirn das alles schon einmal erlebt. Das heißt, das funktioniert. Dein Gehirn weiß nicht wirklich, ob du es wirklich schon einmal erlebt hast oder nur vorausvisualisiert hast. Du kennst das vielleicht vom Wattlerfahren, immer und wieder die Strecke durch, damit im Hirn alles abgespeichert ist, ganz präzise, ganz genau, jede Bodenunebenheit, alles wird abgespeichert, damit der Körper automatisch das auch macht und so visualisierst du vor schwierige Aufgaben. Ich bleibe ruhig und gelassen, ich weiß, die Antwort fällt mir zu. Weitergehen, das nächste machen. Das Wichtigste an jeder Prüfung ist, ruhig zu bleiben, damit die Kanäle, die Bahnen offen bleiben in deinem Gehirn, dass es funken kann, dass jede Botschaft und alles, was du hier gelernt hast, abrufbar bleibt. Es ist ja da und deshalb Ruhe und Gelassenheit. Du visualisierst vor, wie du ruhig dort sitzt, auch wenn irgendetwas Unvorhergesehenes kommt. Der Baum ist da, die Sicherheit ist da, die Ruhe ist da, du schreibst weiter, überspringst vielleicht etwas, schreibst weiter, machst dein Ding ganz wunderbar und vor allem, du hast Freude daran, du hast wirklich Freude, dein Wissen abliefern zu dürfen. Ja, so hast du alles verändert. Spürst du das? Wenn du dich wirklich vorbereitest auf etwas und du weißt, du kannst was, dir selber vertraust, dann kannst du ja voll Freude hingehen und sagen, ich bin so froh, dass ich endlich da mal was reinschreiben kann, dass ich abrufen kann, was ich gelernt habe und dann bist du stolz auf dich. Das visualisierst du immer wieder voraus, solange bist du dir sicher bist. Und dann, wenn du wirklich zur Prüfung hingehst, dann wirst du spüren, dass es diesmal ganz anders ist. Vor jeder Prüfung noch mal kurz, fünf Minuten, zehn Minuten für dich sein, einkehren in dein Innerstes, tief atmen, alles abrufen, was ich dir jetzt gerade aufgezählt habe, diese inneren Bilder, spüren, ruhig werden. Dein Blutkreislauf läuft anders, deine Hormonausschüttung ist anders und dein Zugriff zu deinem eigenen Wissen wird offen sein und offen bleiben. Dafür wünsche ich dir ganz viel Spaß und viel Glück für jede Prüfung, die du hast, alle Maturantinnen und Maturanten, die jetzt gerade davor sind oder auch alle anderen, die irgendeine Prüfung vor sich haben. Wenn es noch irgendwo hakt, darfst du mich auch gerne anrufen, www.balanceyourlife.at Ich bin für dich da, deine alten Themen vielleicht irgendwo noch anzuschauen, vielleicht ist noch was, was du in einer Tiefe noch lösen möchtest. Dazu kann man natürlich mit mir oder kannst du mit mir auch ein Einzelsetting machen und das eine oder andere wird dir einfach selber aufpoppen und du wirst drauf kommen und es wird immer leichter für dich sein. Und deshalb Toi, Toi, Toi und stay balanced, bleib in Balance, alles Gute für deine Prüfungen. Deine Tanja, Danksangmilla. Tschüss. Toi, 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 Toi Untertitelung des ZDF, 2020